moin moin freunde freunde und willkommen zu diesem daily vlog vorab ich melde mich hier gleich direkt zum anfang aus dem schnitt aus dem grunde dass ich für den vierten august nur folgenden video ausschnitt habe und ja dieser ausschnitt ist halt nur 15 sekunden lang und mein anspruch ist ist natürlich dass meine vlogs nicht als short enden sondern mindestens eine minute lang werden damit deshalb nicht als short gewertet wird und ja ich wollte nicht gar keine vlog hochladen da ich hier diesen kleinen clip habe der auch richtig schön ist nur halt zu kurz und ja an dieser stelle tut es mir leid für den sehr kurzen vlog trotzdem hoffe ich hat euch gefallen wenn ja lasst gerne ein like da und abonniert auch gerne als ich meine vlogs generell gefallen ja ich bedanke mich trotzdem fürs zuschauen und sag ciao ciao bis zum nächsten vlog macht's gut